Mehr Sicherheit und mehr Komfort beim Autofahren durch 5G. Wir vernetzen das Auto. Die Deutsche Telekom arbeitet zusammen mit der Autoindustrie an unterschiedlichen Services, um das automatisierte und vernetzte Fahren noch intelligenter zu machen. So ist beispielsweise mit dem Precise Positioning eine zentimetergenaue Navigation möglich. Mobile Edge Computing ermöglicht kurze Reaktionszeiten. Das Auto wird immer mehr zum fahrenden Büro oder zum Wohnzimmer. Mit 5G und Edge Computing schaffen wir wesentliche Voraussetzungen dafür, dass das Auto sicher und bequem durch den Straßenverkehr geleitet wird. Die Deutsche Telekom arbeitet an Standards für eine Kommunikation zwischen Autos, Infrastruktur und Passanten. Ein starker Partner für die Autoindustrie.